Hallo Freunde, willkommen zum nächsten und auch letzten Adventskalender-Video. Heute ist der 24. Ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten. Heute um 16.15 Uhr kommt auch nochmal ein kurzes Weihnachtsansprache-Video von mir. Nichts Besonderes, falls ihr jetzt nur das seht und das andere. Das ist gar nicht so wichtig. Ja, wir machen uns auch gleich das letzte Türchen auf. Im Grunde wissen wir ja alle, was drin ist. Ich hoffe, es klappt jetzt, weil das unten rechts ist immer das schwerste. Da ist offen und wer hätte es gedacht, der Weihnachts-Ewog ist am Start. Ich baue den mal für euch zusammen und dann zeige ich euch den. So Freunde, da ist er, der Weihnachts-Ewog. Richtig cool finde ich den. Ist auch übrigens meine erste Ewog-Minifigur, so nebenbei. Ja, das war es mit dem Adventskalender. Ich habe den nochmal ganz kurz komplett. Irgendwann nach Weihnachten, also nach den Feiertagen, machen wir auch nochmal eine komplette Re-Vide. Review über den Adventskalender und dann ist es auch abgeschlossen. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich jetzt frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Es kommen trotzdem jeden Tag 16, 15 Videos. Heute um 20 Uhr kommt kein Wochenplan, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich nächste Woche was für Video rausbringe. Das wird alles sehr spontan passieren. Genau, und dann ab nächster Woche ist wieder alles normal. Und ja, schauen wir mal. Aber das war es jetzt erstmal von dem Adventskalender. Nächstes Jahr geht es bestimmt weiter. Schauen wir mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao. Outro Outro Outro